Sie haben in diesem Kommentar auch geschrieben, im Zusammenhang mit diesen Chats haben Sie das genannt, überhöht, erotisch geladene Chats. Was meinen Sie denn damit? Na, ich liebe meinen Kanzler und Bussi-Bussi und du bekommst eh alles, was du willst. Also zwischen diesen Buben, der Diskurs und der Austausch, der hat immer eine erotische Note gehabt, auch wenn man drauf schaut. Und sollen es machen, was sie wollen, aber wenn Politik, Spitzenpolitik an oberster Stelle in der Republik quasi zur Befriedigung persönlicher Bedürftigkeiten veranstaltet wird, zur Befriedigung des persönlichen Egos, dann ist es zu wenig.